So, herzlich willkommen an alle interessierten Bürgerinnen und Bürger, Piraten, Vertreter der Presse. Altbundespräsident Richard von Weizsäcker hat einst einen sehr klugen Satz gesagt. Nicht behindert zu sein ist kein Verdienst, sondern ein Geschenk, das jedem von uns jederzeit wiedergenommen werden kann. Der heute zu gründende Arbeitskreis der Piratenpartei Hessen hat sich zum Ziel gemacht, Lösungen zu entwickeln, die alle von sozialen Ausgrenzungen betroffenen Menschen und Gruppen profitieren können. Arme Menschen und deren Kinder, Menschen mit und ohne Migrationshintergrund, Menschen mit und ohne Beeinträchtigung, aber auch ältere Menschen, Lesben, Schwule und Transgender. Uns ist bewusst, dass eine Politik der Inklusion, Hindernisse und Barrieren nicht von heute auf morgen aus dem Weg räumen kann. Ungleichheiten werden auch weiter existieren. Doch Politik muss sagen, wo sie hin will. In diesem Sinne ist eine Politik der Inklusion mittel zum Zweck der Verwirklichung einer inklusiven Gesellschaft. In einer inklusiven Gesellschaft gehören alle Menschen dazu. Alle Menschen haben die gleichen Rechte. Alle Menschen können selbst bestimmen, wie sie leben wollen. Alle Menschen können überall uneingeschränkt mitmachen. Es gibt keine Hindernisse und Barrieren. Kein Mensch wird schlecht behandelt. Wir wollen die gleichberechtigte und selbstbestimmte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in allen Lebenslagen. Im Zentrum aller Planungen für Menschen mit Behinderungen stehen, steht sie selbst. Ihnen obliegt die Entscheidung über ihr Leben. Niemand anders darf ohne sie entscheiden. Anders sein darf sich nicht zum Nachteil auswirken. Zugangs- und Wahlmöglichkeiten für ambulante Wohn-, Arbeits-, Lern- und Lebensformen sind zu gewährleisten. Hierzu gehört auch die Einrichtung eines einheitlichen bundesweiten SMS-Notrufsystems. Dank der Unterstützung von Herrn Stephan Keller als Vertreter des Landesverbandes der Gehörlosen Hessen e.V. wird die gesamte Veranstaltung in die deutsche Gebärdensprache übersetzt. Bevor jedoch nun gleich Herr Lejessa uns von der Bienensteiger-Geschriftung uns den SMS-Notruf vorstellen wird, gebe ich noch kurz das Wort an Herrn Keller. Vielen Dank. Als Vertreter des Landesverbandes der Gehörlosen Hessen begrüße ich es sehr, dass die Partei der Piraten die Thematik SMS-Notruf für gehörlose Menschen anspricht und das entsprechend auch öffentlich zugänglich macht, damit dieses Problem, was wir im Moment haben, in einer Notsituation, dass dieses auch entsprechend in Zukunft behoben wird. Weil im Moment ist es wirklich so, wenn irgendwo ein Notfall ist von einem gehörlosen Menschen, dann ist er nicht sozusagen erreichbar für so Systemleitzentralen. Ja, ich bin gespannt darauf, inwiefern der aktuelle Stand ist in der Entwicklung zum SMS-Notruf und begrüße es, dass wir es heute ansprechen. Danke. Ja, erstmal herzlichen Dank, dass ich heute da sein darf. Der Herr Britz hat mich schon vor etlicher Zeit kontaktiert. Jetzt haben wir es endlich geschafft, dass wir mal hier zusammenkommen und ich Ihnen präsentieren darf, was die Björn-Steiger-Stiftung, wie die Haltung der Björn-Steiger-Stiftung zum SMS-Notruf im Allgemeinen ist und kann Ihnen noch ein bisschen was dazu erzählen, wie weit der Stand der Dinge an der Stelle ist. Doch bevor ich auf dieses Thema eingehe, ich denke, dass einige Leute noch nicht die Björn-Steiger-Stiftung kennen. Ich habe hier in meiner Präsentation zwei Folien dafür vorbereitet, über die würde ich jetzt eher drüber gehen, weil ich einen Film dabei habe, der eigentlich so die Arbeit die letzten 40 Jahre der Björn-Steiger-Stiftung eigentlich ganz gut zusammenfasst und aufzeigt, was die Björn-Steiger-Stiftung bisher alles getan hat. Im Mai 1969 wird Björn-Steiger auf dem Heimweg vom Schwimmbad von einem Auto erfasst. Passanten alarmieren sofort nach dem Unglück Polizei und Rotes Kreuz. Trotzdem dauert es fast eine Stunde, bis der Krankenwagen eintrifft. Björn stirbt nicht an seinen Verletzungen, er stirbt am Schock. Wir wussten damals nicht, als unser Sohn verunglückte, dass es in Deutschland keinen Rettungsdienst gab. Wir haben es erst am nächsten Tag erfahren, durch Nachfragen bei der Polizei, durch Nachfragen bei Journalisten und bei Freunden. Und da waren wir der Meinung, wir müssen etwas tun. Vor genau 40 Jahren gründen Ute und Siegfried Steiger die Björn-Steiger-Stiftung. Ziel ist es, den Aufbau der Notfallhilfe in Deutschland anzuregen und diese Aufgabe dann den zuständigen Organisationen und Behörden zu überlassen. Doch schnell wird klar, allein mit Ratschlägen ändert sich nichts. 1969, die Stiftung spendet die ersten Funkgeräte für Krankenwagen. Ein Krankenwagen ohne Funk, heute unvorstellbar. Das Prinzip, selbst aktiv werden, um etwas zu bewegen, funktioniert. Der erste Rettungswagen, ebenfalls eine Initiative der Stiftung. Bis dahin wurden Kranke einfach nur transportiert. Die Stiftung stellt voll ausgerüstete Fahrzeuge zur Verfügung, die mit einem Sanitäter an Bord den modernen Rettungsdienst begründen. Ich glaube, wir sind den richtigen Weg gegangen. Wir haben jedem Bundesland einen Rettungswagen geschenkt. Und das nicht klammheimlich, sondern in einer Rallye von sechs Tagen waren wir in den Hauptstädten aller elf Bundesländer und haben diese Fahrzeuge den Ministerpräsidenten oder den zuständigen Ministern übergeben und haben ihnen gesagt, jetzt habt ihr einen Rettungswagen, nun fangt mal an mit dem Rettungsdienst. In vielen Bundesländern war es der erste Rettungswagen überhaupt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Druck aufbauen, auch politischen. Als Experte in Gremien und Konferenzen bringt Siegfried Steiger seine Anliegen vor. Sei es ein 15-Punkte-Programm für den Aufbau des Rettungsdienstes oder in der Diskussion über die Notruftelefone an Autobahnen und Bundesstraßen. Die Länder verweigern hier die Kosten. Die Stiftung wird wieder selbst aktiv und sorgt zum einen für den Erhalt und den Wiederaufbau der Notrufsäulen an Autobahnen und beginnt alleine mit der Planung für die Bundes- und Landstraßen. Am 7. Juli 1971 steht das Erste. Bis heute hat die Björn-Steiger-Stiftung insgesamt 35.000 Kilometer mit stationären Telefonen versorgt. Auch in puncto Finanzierung bleibt die Stiftung einfallsreich. Für gute Projekte lassen sich Stars begeistern. Aus den Erlösen der Schallplatte und durch Verpfändung des Wohnhauses der Familie Steiger kauft die Stiftung einen Rettungshubschrauber und übergibt ihn an das Bundesinnenministerium. Denn die Bundesregierung konnte den versprochenen Helikopter nicht finanzieren. Damit war zwar eine der schwierigsten Krisen der Luftrettung überwunden, trotzdem gab es keine flächendeckende staatliche Luftrettung. Die Konsequenz? Die Stiftung baut die deutsche Rettungsflugwacht auf. Die Björn-Steiger-Stiftung ist der Hauptverursacher für einen legendären Beginn eines großen Zeitalters, nämlich der Luftrettung. Und diese Luftrettung ist in dem Rettungswesen Deutschlands so etabliert, dass wir als einziges Land weltweit sagen können, wir haben ein flächendeckendes Flugnetz, wo wir Patienten innerhalb von einer halben Stunde, und das ist, glaube ich, eine sensationelle Zeit, mit einem Hubschrauber an jedem Punkt des Landes versorgen können. Neben der Entwicklung von Rettungsfahrzeugen, Notruftelefonen und dem Aufbau der Luftrettung gab es zahlreiche weitere Entwicklungen, initiiert von der Björn-Steiger-Stiftung. So zum Beispiel der Schnellbergungswagen beziehungsweise der heutige Vorrüstwagen der Feuerwehr mit all seinen Bergungs- und Schneidwerkzeugen und der Organtransportwagen mit seinem speziellen Organkühlsystem. Die Einführung des 24-Stunden-Notarzt-Systems in Deutschland geht auf die Björn-Steiger-Stiftung zurück, sowie die Einführung der Notarzteinsatzfahrzeuge, mit denen Notärzte unabhängig vom Rettungswagen schnell zum Patienten kommen. Ob mobile Hubschrauber-Landeplatzbeleuchtung, Glatteiswarnsystem oder auch der erste treppensteigende Rollstuhl, das Engagement der Björn-Steiger-Stiftung ist immer schon sehr vielfältig. Ein vielleicht noch wichtigerer Meilenstein ist die Einführung der Notrufnummern 110-112, die zwar 1973 in der Theorie existierten, aber nicht bundesweit eingerichtet waren. Die Frage, warum nicht, gehört zum festen Repertoire von Siegfried Steiger. Und dann wurde mir von allen Beteiligten gesagt, es ist unbezahlbar, man kann dies nicht finanzieren. Und auf meine Frage, was es kostet, hat nicht einer eine Antwort gehabt. Nachher habe ich bei der Oberpostdirektion in Stuttgart angerufen und habe die Kosten angefragt. Ich hatte sie in zehn Minuten. Für den Regierungsbezirk Nordwürttemberg 387.000 D-Mark. Das war für uns sehr viel Geld, aber es war finanzierbar. Nachdem der Bund und die Länder die Finanzierbarkeit aber immer noch nicht einsehen wollten, verklagte Siegfried Steiger einfach das Land Baden-Württemberg vor dem Verwaltungsgericht auf Einführung der Notrufnummer. Aus formaljuristischen Gründen war aber klar, dass der Antrag abgewiesen werden musste. Als junger Richter war ich aber damals der Meinung, dass das Thema so ernst ist und so wichtig ist, dass man das nicht so tun sollte. Und ich habe deshalb eine mündliche Erörterungsverhandlung durchgeführt und dazu auch erstmals die Presse eingeladen. Das Ergebnis war, dass dann der Antrag zwar abgelehnt werden musste, aber ein derartiger Medienrummel, möchte ich mal sagen, entstanden ist, dass die Angelegenheit Notruf 110 doch zu einem Guten befordert wurde und er schließlich eingeführt wurde. Nachdem die Klage nun zwar rechtlich erfolglos blieb, hatte sie ihre öffentliche Wirkung aber erreicht. Als es dann geschehen war, ich glaube es war der 27. September, und wir hatten entschieden. Da habe ich gedacht, jetzt musst du den Dickschädel doch mal anrufen und ihm sagen, er hat sich durchgesetzt. Hat uns zwar sehr genervt, aber damit hatte er Erfolg. Bereits 1974 entwickelt und finanziert die Björn-Steiger-Stiftung den ersten Baby-Notarztwagen. Damals wie heute sind Transporte zwischen Geburts- und Kinderklinik ohne optimale Versorgung ein großes Risiko. Ich bin vor knapp 30 Jahren geboren worden. Als klassisches Frühchen, also meine Mutter war im sechsten Monat schwanger. Und es war sehr kritisch, ob ich überhaupt überleben werde. In dem Krankenhaus, wo ich geboren wurde, konnte ich nicht behandelt werden und wurde dann mit dem Baby-Notarztwagen transportiert. Das war mein Glück, weil dieser Baby-Notarztwagen von der Ausstattung her so gut war, dass ich auf der Fahrt direkt behandelt werden konnte. Ich wurde direkt in den Inkubator gelegt, wo ich mit Sauerstoff versorgt wurde. Man kann es nicht anders sagen. Ohne die Björn-Steiger-Stiftung würde ich heute hier nicht stehen. Fortschritt als Lebensretter. Auch beim Notruf geht das Engagement der Björn-Steiger-Stiftung weiter. Die Handy-Technik macht eine schnelle Ortung möglich. Ja, also wir haben Aufraumarbeiten gehabt auf der Baustelle. Ich hatte auch schon zwei Glasscheiben weggepackt. Und bei der dritten hatte ich mir noch gedacht, naja, hoffentlich platzt mal nicht so eine Scheibe. Und im gleichen Moment, wie ich es gedacht habe, habe ich eine Blutfontäne gesehen, die an mir vorbeiging vor das Gesicht und denke, was ist das? Und gucke runter zum Arm und habe gesehen, dass der Arm nicht mehr an seiner Stelle war. Dass es ein Riesenloch war im Arm. Dann habe ich dann natürlich geistert gegenwärtig mein Handy aus der Tasche geholt. Habe sofort die 112 gewählt. Und wurde auch sofort gefragt, wo ich wäre, wo der Unfall passiert ist. Das konnte ich leider in dem Moment nicht mehr sagen, weil ich absolut nicht wusste, wo die Straße ist. Mir sagte man, das wäre kein Problem, da die Feuerwehr ein Ortungssystem hat und mit der Björn-Steiger-Stiftung zusammenarbeitet. Und die mich letztendlich dann mit diesem Ortungssystem über meinem Handy dann letztendlich lokalisieren konnten, sodass der Krankenwagen mich gefunden hat. Ich glaube persönlich, dass, wenn es die Ortung nicht gegeben hätte, dann wäre ich vor Ort verblutet. Weil die Feuerwehr definitiv gesagt hat, der Krankenwagen hätte mich nie gefunden. Weil es auch so abgelegen war. Da kann man sagen, fünf Minuten hätten entschieden über Leben und Tod. Und da kann ich nur sagen, danke der Björn-Steiger-Stiftung. Schnelle Hilfe ist die beste Hilfe. Dieser Satz steht über allen Initiativen der Stiftung. Und gilt besonders für die Aktion Kampf dem Herztod. Nur drei bis fünf Minuten nach einem plötzlichen Herzversagen muss qualifizierte erste Hilfe geleistet werden. Die Fibrillatoren retten ihr Leben. Die Stiftung stellt allen Stadt- und Landkreisen 902 Geräte im Wert von 2,3 Millionen Euro als kostenlose Dauerleihgabe zur Verfügung. Verbunden mit der Verpflichtung, monatlich 20 Personen daran auszubilden. So steigt die Zahl der Helfer immer weiter. Spezielle Geräte verfügen über eine Sprachausgabe und erklären Schritt für Schritt die richtige Anwendung. So können Laien schnell und sicher erste Hilfe leisten. Damit auch an öffentlichen Plätzen schnell geholfen werden kann, installiert die Stiftung mit Unterstützung von lokalen Sponsoren sogenannte Defisäulen, damit jedermann schnell Hilfe leisten kann. Bei plötzlichen Herzversagen kommt es zum sofortigen Bewusstseinsverlust. Es kommt zum Atemstillstand. Und der Wettlauf gegen die Zeit beginnt. Retten macht Schule. Das jüngste Projekt. Wenn alle Siebtklässler in Deutschland einen Erste-Hilfe-Kurs absolvieren, wächst eine ganze Generation von Lebensrettern heran. Gib mir 5 Minuten deines Lebens, um meins zu retten. Hilf meinem Herz mit deiner Hand, wenn es plötzlich versagt. Mit Ihren 15 Euro können wir den Erste-Hilfe-Tag an allen deutschen Schulen einführen. Und so jedes Jahr eine Million Kinder zu Lebensrettern ausbilden. Werde jetzt Partie der Aktion Retten macht Schule. www.rettenmachtschule.de Wir wollen zeigen, dass jedermann helfen kann. Selbst wenn kein Defibrillator vorhanden ist, allein mit Herzdruckmassage, überleben 30% der Menschen, die heute noch sterben, weil ihnen kein Mensch hilft. Die Angst, etwas falsch zu machen, ist in der deutschen Bevölkerung so groß, dass sie lieber davonlaufen, als Hilfe leisten. Und es gibt nichts Schöneres, als einem Menschen zu helfen, der dann überlebt. 40 Jahre Beyond-Steiger-Stiftung. Das sind 40 Jahre mit wahren Meilensteinen für die schnelle Hilfe im Notfall. 40 Jahre mit vollem Engagement für einen besseren Rettungsdienst. Zeit, sich endlich zurückzulehnen. Ich glaube, das Zurücklehnen liegt uns nicht. Wir werden auch in Zukunft uns nicht zurücklehnen, sondern weitermachen. Ja, das ist soweit erstmal die letzten 40 Jahre der Björn-Steiger-Stiftung. Wir haben also in der Zeit ein bisschen was bewegt. Ich bin da damals auch erst eingestiegen, als wir mit der Handyordnung gestartet haben. Das war so der erste Auftakt, den wir in der Richtung gemacht haben, was moderne Kommunikationstechnik angeht. Der Grund dafür war einfach, wir haben festgestellt, dass unsere Notrufs sollen immer weniger verwendet wurden und immer mehr Leute in der Rettungsleitstelle angerufen haben und hatten ihr Handy und wussten nicht, wo sie sind. Das heißt, das größte Problem der Leitstellen war das gewesen, dass sie nicht wussten, wo die Personen sich aufhalten, um ihnen zu helfen. Diese Plattform werden wir erweitern mit dem SMS-Notruf. Doch bevor ich darauf eingehe, möchte ich erstmal kurz darauf eingehen, was eigentlich unser Hauptproblem ist. Das Hauptproblem ist, dass das Verständnis der Regierung darin liegt, dass Sprach- und Hörgeschädigte Personen doch einen Fax verwenden sollen, um einen Notruf abzurufen. Weil es ja schön einfach ist, man kann einfach ein Faxgerät in jede Leitstelle reinstellen, auf die 112 dann einen Fax schicken lassen und dann kann man das prima machen. Aber einen Fax senden in einem Notfall, wenn die Wohnung brennt, wenn ein Einbrecher in der Wohnung drin ist, Ich glaube, das ist nicht unbedingt so ein probates Mittel, um einen Notruf abzusetzen. Genauso geht anscheinend die Regierung davon aus, dass Sprach- und Hörgeschädigte auch gleichzeitig noch in einem Rollstuhl sitzen und kein aktives Leben führen und ihre Wohnung und ihre Arbeitsstelle nicht verlassen. Sodass ein aktiver Mensch, der wegen mir mit einem Mountainbike im Wald unterwegs ist, nur schwierig dort einen Fax finden wird, um einen Notruf abzusetzen, wenn er ein Problem hat. Oder auch wenn man nachts auf einer einsamen Landstraße unterwegs ist und zu einem Unfall dazukommt, wo alle Unfallbeteiligten nicht ansprechbar sind und man jetzt eigentlich ganz gerne einen Notruf absetzen möchte und als Sprach- und Hörgeschädigter nicht dazu in der Lage ist, weil einfach kein Fax da ist. Das ist das Hauptproblem bei der ganzen Geschichte. Manifestieren tut sich das in dem §108 Telekommunikationsgesetz, wo explizit darauf hingewiesen wird, dass jetzt der Fax-Einsatz in den Leitstellen auch verpflichtend sein wird. Vorher war das auch eher eine Kannlösung gewesen. Seit 2009 ist das novelliert worden, dass die Leitstellen auch einen Fax haben müssen. Aber der SMS-Notruf ist auch für normale Menschen, also für welche, den sogenannten normalen Menschen, die eben keine Sprache- oder Hörschädigung haben, durchaus ein probates Mittel, um einen Notruf abzusetzen. Wenn man heutzutage einen Bürger auf der Straße fragen würde, kann man eine SMS an die 110 oder die 112 senden, wenn viele sagen, ja klar, warum sollte das nicht gehen? Tatsächlich ist es so, dass es nicht funktioniert. Aber es wäre gerade, man hat es ja in den Medien immer wieder gesehen, ganz gut, wenn man auch einen stillen Alarm absetzen könnte. Zum Beispiel, man ist irgendwo in der U-Bahn unterwegs oder einem U-Bahn-Bahnhof, wie man es ja in der letzten Zeit in größeren Städten immer wieder gesehen hat, und beobachtet dort eine Schlägerei oder Übergriffe von irgendwelchen Schlägern auf einen normalen Menschen, auf einen normalen Bürger. Da möchte man nicht unbedingt das Telefon an den Kopf halten und dann einen Notruf lauthals raussenden, sondern würde es ganz gerne vielleicht als stillen Alarm absetzen, sodass niemand auf einen aufmerksam wird. Aber auch in Randgebieten, wo die Funkversorgung nicht so besonders gut ist, ist die SMS ein ganz gutes Mittel, um noch einen Notruf abzusetzen. Wir hatten von der Rettungsbergwacht, hatten wir eine Geschichte gehört von einem, der in einer Lawine verschüttet war, konnte natürlich nicht mehr telefonieren, weil er im Schnee eingeklemmt war, konnte aber an sein Handy in der Hosentasche langen und konnte dann von dort aus eine SMS an seine Freundin verschicken. Und die hat dann letztendlich Rettungskräfte losgeschickt, weil jemand wusste, dass da irgendwo jemand in der Lawine verschüttet ist, also konnten sie Rettungskräfte entsenden. Aber auch das vorhin schon gestresst Beispiel des Mountainbikefahrers im Wald, auch da haben wir immer wieder so Randzonen von Mobilfunkversorgung, wo man keine Sprachverbindung mehr zustande bekommt, aber wo noch eine SMS rausgeht. Genauso wie bei einem schwachen Akku, auch da haben wir eine Geschichte gehört von jemandem, der sein Handy ausgeschalten hatte, weil der Akku zu schwach war, um einen Notruf abzusetzen. Er hatte einen Unfall im Wald gehabt und er hatte dann sein Handy warm gehalten, weil er gehört hat, wenn man den Akku aufwärmt, dass er nochmal ein bisschen Restenergie bekommt. Und es hat dann tatsächlich noch gereicht, dass er einen Notruf-SMS absetzen konnte an seiner Lebensgefährtin, um dann für nach Hilfe zu rufen letztendlich. Jetzt ist es so, wir haben die Idee des SMS-Notrufs schon recht früh gehabt. Um genau zu sein, hatten wir über die Möglichkeiten schon 2006 nachgedacht, den SMS-Notruf einzuführen. Und hatten dazu auch mit den Verantwortlichen schon darüber gesprochen. Und dort hörte man immer wieder die Begründung, nee, den SMS-Notruf können wir überhaupt nicht einführen, das geht gar nicht, weil die SMS ja nicht echtzeitfähig ist. Weil es könnte ja sein, dass gerade wieder bei Weihnachten oder Silvester, wo wieder viel Traffic auf den Leitungen ist, die SMS mit mehreren Stunden Verspätung ankommt. Das ist ein, beziehungsweise zwei Termine im Jahr, wo das vielleicht vorkommen könnte. Das könnte auch natürlich in der Situation vorkommen, wie was in Duisburg hatten, wo die Massenpanik war, wo die Handynetze auch zusammengebrochen sind. Wo man gesagt hat, die 112 war dann nicht erreichbar, weil die Handynetze nicht funktioniert haben. Was, wie ich weiß, falsch ist. Das Problem war nicht, dass die Handynetze überlastet waren, sondern die 112 war überlastet. Die konnten den Anrufen nicht mehr entgegennehmen. Das war das Problem, nicht das Handynetze. Die waren nämlich voll und ganz da. Hatten aufgrund der Veranstaltung extra Basisstationen aufgestellt, sodass das Call-Volumen auch abgehandelt werden konnte. Wir haben im Rahmen von einem etwas anderen Projekt, nämlich beim E-Call, da handelt es sich um den automatisierten Autonotruf, an dem die Europäische Union auch schon seit rund zehn Jahren rumdoktert und den wohl jetzt für 2015, das war mal 2010, verpflichtend in jedem Neufahrzeug untergebracht haben möchte. Wir hatten damals, das war 2007, einen Feldtest durchgeführt, weil wir zeigen wollten, dass die SMS durchaus auch da ein mögliches Mittel ist, um die Notfalldaten aus dem Fahrzeug zu übermitteln. Zu dem Zweck hatten wir mit einigen Partnern aus der Automobilindustrie einen Feldtest durchgeführt, wo wir in einem Zeitraum von zwei Monaten mit 46 Testfahrzeugen ca. 90.000 SMS verschickt haben. Und dabei kam raus, was die Zuverlässigkeit der SMS angeht, dass über 98% der SMS korrekt empfangen werden konnten und über 80% der SMS in einem Zeitraum von weniger als 25 Sekunden zugestellt werden konnten. Ich finde, das ist eigentlich ein ganz guter Wert, den man da bekommt. Und auch im Falle vom Versenden einer SMS, wenn man nicht schnell genug eine Antwort bekommt, einfach durch ein wiederholtes Versenden der SMS kommt man ziemlich nah auf 100%, dass diese SMS auf jeden Fall empfangen werden kann. Was auch viele bei dem Kritikpunkt der Echtzeitfähigkeit immer vergessen ist, dass die, ja, dass sie normalerweise von der normalen Situation ausgehen, dass ein Mobilendgerät mit einem anderen Mobilendgerät kommuniziert. Es kommt dann zu Verzögerungen, nicht wenn die SMS vom ursprünglichen Gerät verschickt wird, sondern dann, wenn sie empfangen werden soll. Weil es durchaus sein kann, dass das empfangende Gerät nicht ins Mobildnetz eingebucht ist, keinen Empfang hat, der Akku leer ist, oder was auch immer der Grund ist, weswegen eine SMS da verzögert ausgeliefert werden kann. In unserem Fall, wie wir es lösen, ist das nicht der Fall, weil wir mit einem SMS-C-Gateway direkt im Netzwerk der Mobilfunker unterwegs sind und somit es keine Empfangsschwierigkeiten gibt. Aus dem Grund haben wir auch diese guten Zahlen, was die Zuverlässigkeit der SMS angeht. Einfach deswegen, weil wir immer empfangsbereit sind und es nicht zu Verzögerungen bei der Auslieferung kommt. Wie schon gesagt, wir haben schon einige Runden gedreht, was die Notruf-SMS angeht. Es gibt einige Herausforderungen, die es gilt zu meistern, um die Notruf-SMS hier in Deutschland möglich zu machen. Die erste Problematik, die wir haben, ist, für Kurzwahlen in Mobilfunknetzen ist die minimale Länge der Kurzwahlen vierstellig. Die 110, die 112 sind aber dreistellig. Das heißt, Stand heute ist es nach der Regulierungsbehörde nicht zulässig, dreistellige Kurzwahlen zu bekommen. Wir sind da in Verhandlungen mit den Mobilnetzbetreibern. Ich kann so viel dazu sagen, es sieht eigentlich ganz gut aus, dass wir das kriegen. Aber hundertprozentig sicher ist es noch nicht. Im Moment haben wir eine fünfstellige Kurzwahl, die wir relativ einprägsam gestaltet haben, mit der wir auf jeden Fall starten werden. Aber wir bleiben da auf jeden Fall dran, dass wir die 110, die 112 als Kurzwahlen erhalten werden. Ein weiteres Problem, was es nicht einfach macht, einen SMS-Notruf in Deutschland einzuführen, ist die Struktur, wie die Notrufleitstellen hier in Deutschland organisiert sind. Muss ich zugeben, da sind wir nicht ganz unschuldig dran. Dieses Konzept der Notrufleitstellen, wie es da gibt, das ist das Rems-Murr-Konzept gewesen, woran die Bernd-Steiger-Schriftung damals auch mit dran teilgenommen hat. Man hat aber damals auch schon bei der Studie angegeben, man sollte die Größe, die Zuständigkeitsgröße für eine Leitstelle an der Bevölkerungsgröße bemessen, die sie zu erreichen hat. Wir haben damals, das war in den 70er Jahren, eine Größe von zwei Millionen Bürgern vorgesehen. Das hat leider jeder überlesen, hat aus dem Grund die Organisation hier in Deutschland so gemacht, dass die Leitstellen auf Landkreisebene organisiert worden sind. Das heißt, jeder Landkreis hier in Deutschland hat im Prinzip eine eigene Leitstelle. Im Moment ist so eine Tendenz dazu, dass diese Leitstellen zusammengelegt werden, dass man integrierte Leitstellen macht, wo auch Polizei und Rettungsdienst und Feuerwehr zusammengelegt werden. Da gibt es verschiedene Konzepte, die da im Moment umgesetzt werden, um das zu verringern. Nichtsdestotrotz ist es so, dass wir gerade für die 112-Stand heute knapp 300 Leitstellen hier in Deutschland haben. Was es noch viel schlimmer macht, ist, dass diese Leitstellen keinen einheitlichen Ansprechpartner haben, keinen einheitlichen Träger. Wie gesagt, die werden vom Landkreis bezahlt und geführt. Der Landkreis macht es zum Teil selbst, zum Teil übergeben die das an die Berufsfeuerwehr. Zum anderen Teil ist es so, dass DRK den Rettungsdienst organisiert und damit auch die Leitstelle organisiert. Das heißt, die Trägerschaft ist in jedem Landkreis unterschiedlich. Dazu kommt noch, dass die technische Ausstattung jeder Leitstelle völlig verschieden ist. Bis vor zehn Jahren gab es tatsächlich noch Leitstellen. Die arbeiteten mit einem Switchboard, wo man Leitungen hin und her switchen konnte, um Verbindungen herzustellen. Da war noch nichts mit EDV-Technik. Als wir 2006 die Handyortung in die Leitstellen ausgerollt haben, hatten wir, wir haben das basierend als Web-Applikation aufgesetzt, die ganze Geschichte. Das heißt, die Leitstellen brauchten die nichts anderes als einen internetfähigen PC. Das war in einigen Leitstellen nicht möglich. Ein paar Leitstellen bekamen dann von der Björn-Steiger-Stiftung, weil die auch chronisch an Unterfinanzierung leiden, also ein Großteil der Leitstellen leidet unter Finanzierung, haben die von der Björn-Steiger-Stiftung einen Laptop mit einer UMTS-Karte zur Verfügung gestellt bekommen, damit die auf unsere Plattform zugreifen konnten. Das ist kein Spaß, das ist tatsächlich so. Es gibt aber natürlich auch hervorragende Beispiele, gerade in Großstädten, wenn man sich zum Beispiel Frankfurt anschaut, die haben eine hervorragende Leitstelle aufgebaut, die recht gut ist. Oder in Oldenburg ist jetzt kürzlich eine ganz neue Leitstelle in Betrieb gegangen. Das ist, wenn man sich hier anguckt, erinnert es einen eher an Raumschiff Enterprise als an eine Leitstelle. Also es ist schon beeindruckend, was Sie da mittlerweile auch an Technik aufbauen. Dann haben wir ein weiteres Thema, eine weitere Herausforderung, die es gilt zu schaffen, das ist der Datenschutz. Wir haben, die Lösung, die wir umsetzen, ist eine zentrale Plattform. Das heißt, an einem zentralen Punkt gehen die SMS ein. Wir müssen natürlich dafür sorgen, dass diese SMS an die Leitstelle weitergeleitet wird und dort angezeigt wird, wo der Ursprung dieser SMS ist. Das heißt, um dies machen zu können, muss der Standort des Senders festgestellt werden, um dann die SMS den entsprechenden Leitstellendisponenten auf dem Bildschirm zu zaubern. Das ist natürlich ein Datenschutzthema, weil wir eine Ortung durchführen müssen an der Stelle. Es wird in dem Fall so realisiert, wie es generell bei der Ortung auf unserer Plattform realisiert wird, dass derjenige, der da geortet wurde, von uns eine SMS zugeschickt bekommt, in der er darüber informiert wird, dass er geortet wurde. Es wird mitgeteilt, im Fall jetzt der Notruf-SMS, dass er aufgrund der Zuordnung der SMS zu einer Leitstelle geortet wurde. Wurde jetzt aber zum Beispiel eine Ortung von einer Leitstelle ausgeführt, weil die nach der Person suchen, versuchen herauszufinden, wo der Standort ist. Dann erhält der Notruf in der SMS die Information, welche Leitstelle ihn da geortet hat und welchen Grund sie angegeben hat, weswegen sie eine Ortung durchgeführt haben. Sodass hier eine gewisse Transparenz geschaffen wird, sodass der, der eventuell den Eindruck hat, dass er unberechtigterweise geortet wurde, sich dann auch an die Leitstelle wenden kann, die dann eine Ortung durchgeführt hat, um nachzufragen, weshalb denn die Ortung durchgeführt wurde. Die Disponenten sind auch verpflichtet, bei uns in der Plattform zu dokumentieren, wann sie eine Ortung durchgeführt haben und welche Gründe sie dazu bewogen haben, diese Ortung durchzuführen. Und sodass wir da ein Maximum an Transparenz irgendwo schaffen wollen. Ging es nach der Gesetzeslage, müssten wir eigentlich für den ganzen Spaß, also die Gesetzeslage nach dem Bundesgesetz, dem Telekommunikationsgesetz, müsste man von allen 80 Millionen Bundesbürgern eine Unterschrift bekommen, die uns erlauben, eine Ortung durchzuführen. Wir haben aber eine Lösung gefunden, wie man das anders machen kann, um das trotzdem rechtlich im richtigen Rahmen laufen zu lassen, sodass hier nichts Illegales für die Leitstellen gemacht wird an der Stelle. Dann das letzte Problem oder die letzte Herausforderung, die wir da noch haben, ist, dass nicht alle Netzbetreiber alle Funktionalitäten anbieten, die man benötigt, um den SMS-Notruf in deren Netz zu realisieren. Das ist so, dass nicht alle der vier Netzbetreiber den Zellortungsdienst zum Beispiel anbieten, um eben den Standort des SMS-Senders zu bekommen. Und in dem Fall ist es so, dass wir dann da keine Standortbestimmung machen können und somit den SMS-Notruf in diesem Netz nicht bereitstellen können. Erstmal. Wir arbeiten daran, dass wir dann eine Lösung dafür finden, wie man es dennoch hinkriegen kann. Wir sind dann mit dem Netzbetreiber auch in Kontakt. Und ja, wir arbeiten daran, dass es funktioniert. Ich komme jetzt eigentlich schon zum Schluss von meiner Präsentation hier. Ich fasse nochmal kurz zusammen, was so die Kernaussagen jetzt von dieser Präsentation sind. Zum einen die gesetzliche Regulierung, so wie sie stand heute, gerade im Telekommunikationsgesetz und in den beigefügten Verordnungen vorhanden ist, ist eher unbefriedigend, gerade was den SMS-Notruf angeht, weil der komplett ausgeklammert ist an der Stelle. Der SMS-Notruf ist nicht nur für Sprach- und Hörgeschädigte wichtig, sondern ist auch für den ganz normalen, nichtbehinderten Menschen. Wichtig, weil er in vielen Lebenslagen durchaus auch da sinnbringend ist. Dann kommt dazu, dass die SMS, weswegen, die Frage könnte natürlich kommen, gerade jetzt finde ich bei der Piratenpartei, wieso, um Himmels Willen, verwendet ihr denn die SMS? Man kann doch so tolle Messaging-Dienste verwenden, die sowas auch können. Und man könnte dann da auch noch gleich bei den Smartphones die GPS-Koordinate mitschicken, dass man weiß, wo derjenige ist. Ja, das ist alles richtig. Nur was die Datenkommunikation angeht, haben wir noch mehr weiße Flecken, als was das GSM-Netzwerk angeht hier in Deutschland. Zum einen. Zum anderen, SMS kann auch der älteste Nokia-Knochen, den ich in meiner Schublade finden kann. Das heißt, wir können einfach wesentlich mehr Menschen damit erreichen. Und aus dem Grund haben wir uns auch für die SMS entschieden. Also das eine Verfügbarkeit im Netz und zum anderen Verfügbarkeit auf den Endgeräten. Es gibt nur jede Menge Herausforderungen, die wir da noch haben. Wir arbeiten da dran. Der Plan ist im Moment, dass wir 2013 den SMS-Notruf einführen werden. Ob jetzt mit der fünfstelligen Kurzwahl oder schon mit den dreistelligen Kurzwahlen, weiß ich noch nicht. Das kann ich Stand heute noch nicht genau sagen. Aber wir werden ihn auf jeden Fall einführen. Wenn es die fünfstellige sein wird, werden wir auf jeden Fall Kontakt mit den Sprach- und Hörgeschädigten-Verbänden aufnehmen, um eben diese Kurzwahl publik machen zu können unter genau den Leuten, die hauptsächlich diesen Notruf brauchen. Es kann natürlich die Frage kommen, warum macht denn die Björnsteiger-Stiftung das alles? Wieso? Befassen wir uns mit dem Thema SMS-Notruf? Das ist eigentlich ganz einfach. Das hat eigentlich der Film auch ganz gut gezeigt. Uns geht es darum, dass die Notfallrettung in Deutschland verbessert wird, das Notfallwesen verbessert wird. Das ist einfach unsere Mission und das ist der Grund, weswegen wir das Ganze machen. Damit bin ich mit meiner Präsentation durch und würde jetzt für Fragen zur Verfügung stehen. Ja, wir haben ja jetzt den Film gesehen zu dem SMS-Notruf. Das wäre ja für viele Gehörlose ganz gut. Es gibt aber einige, die Kommunikationsschwierigkeiten haben und vielleicht der deutschen Schriftsprache nicht vollständig mächtig sind und es wäre dann halt eben wichtig, dass da in kurzen Worten das mitgeteilt werden kann und dass dann trotzdem verständlich wird, dass sie geortet wurden, dass sie das wirklich verstehen, dass sie geortet wurden und dass das in kurzen Sätzen sozusagen mitgeteilt wird. Ist das auch bedacht worden? Das ist bedacht worden, da wir in der SMS nicht so arg viele Zeichen unterbringen können, ist das ein relativ kurzer Satz, in dem eigentlich nur drin steht, sie wurden geortet aufgrund der Zuordnung zu einer Rettungsleitstelle und das war es, was dann da drin steht. Das heißt, ich muss nur schreiben, wenn ich jetzt den Notruf absetze, ich brauche Hilfe und das war es? Es wäre durchaus sinnvoll, wenn sie noch reinschreiben würden, welche Art von Hilfe sie brauchen, damit die Leitstelle sich dann auch ein Bild davon machen kann. Letztendlich ist es so aufgebaut, dass die Leitstelle auch auf die SMS rückantworten kann per SMS, sodass da ein Dialog aufgebaut werden kann. Ich denke mal, dass es früher oder später auch finnliche App-Entwickler für diverse Smartphones geben wird, die schon entsprechende Formulare vorbereiten, die dann eine SMS zusammenstellen oder mit einem Leichtsmacht eine entsprechende SMS zusammenzustellen, um einen Alarm abzusetzen, einen Hilferuf abzusetzen. Also meine Frage wäre jetzt nochmal, welche Möglichkeit dann haben Gehörlose oder Schwerhörige, sich da jetzt anzumelden? Und wenn dann nochmal so quasi diese Erlaubnis gegeben werden muss, ja, ihr könnt mich gerne orten, in welcher Form das dann stattfinden würde. Das ist ja mit dem Datenschutz im Zusammenhang, muss man das ja dann so beantragen, dass man geortet werden möchte. Wie würde das dann aussehen? Also es wird so sein, dass wir, wir werden noch ein weiteres Tool wie die Björn-Stärker-Stiftung anbieten. Das wird eine Notfallakte sein, in der man Notfallinformationen hinterlegt. Und in der wird man solche Möglichkeiten dann eben auch haben, um sein Einverständnis da erklären zu können. Es ist letztendlich so, die ganze Geschichte ist, die Ordnung, die wir da durchführen, ist aufgrund der, man nennt das Gefahrenabwehr. Das heißt, derjenige, der da geortet wird, ist in einer Notsituation und es kann davon ausgegangen werden, dass es für ihn in Ordnung ist, dass er geortet wird. Von daher werden wir nicht zwingend diese schriftliche Einverständniserklärung brauchen, von der ich gesprochen hatte. Das bezog sich lediglich auf die Gesetzeslage, wie es nach dem Telekommunikationsgesetz vorgestellt sein wird. Die Lösung, die wir haben, basiert auf der sogenannten Gefahrenabwehr. Und Also gibt es dann sozusagen eine Datenkartei, in der dann eingetragen wird, ich habe die Erlaubnis erteilt, dass ich geortet werde, oder wie wird das dann in der Praxis aussehen? In der Praxis sieht es genauso aus. Also in unserer Notfallakte werden Sie die Möglichkeit haben, das dort nochmal explizit anzugeben, um da einfach auf der sicheren Seite zu sein. Wir werden das im... Also mir ist jetzt noch nicht so ganz klar, warum zuerst gesagt wurde, von der Bundesregierung auch, wir befürworten, dass es eingeführt wird. Dann sind nochmal Problematiken aufgetaucht. Und warum jetzt gehörlose oder hörgeschädigte Menschen sich nochmal explizit anmelden müssen. Das ist mir jetzt nicht klar, warum da so ein Unterschied gemacht wird. Sie müssen sich nicht explizit anmelden. Wir haben die... Also es wird so sein, wir haben... Es wird so sein... Äh... Okay. Sie müssen sich nicht zwingend anmelden. Die Gesetzeslage, die wir ausnutzen, damit wir eben eine Ortung durchführen können, basiert auf der sogenannten Gefahrenabwehr. Die ist in dem Fall, so wie wir es tun, Ländersache. Und in dem Fall ist einer der seltenen Fälle, wo Bundesrecht vor... Wo Landesrecht vor Bundesrecht geht. Sodass wir da die gesetzlichen Bestimmungen, die im Telekommunikationsgesetz, was Bundesrecht ist, bestehen, dass die dort im Prinzip umgangen werden. Ja, ich hatte ja eben schon die Frage gestellt und die Glauben wurde noch nicht hinreichend beantwortet. Also man bekommt dann praktisch eine SMS zurückgeschickt, sie wurden geortet. Das habe ich soweit verstanden. Aber auf wie viel Meter genau wird man denn da geortet? Das ist eine einfache Zellortung, die da durchgeführt wird. Die Zellortung an sich ist relativ ungenau. Die Genauigkeit der Zellortung ist ausreichend, um eine Zuordnung zu einer Rettungsleitstelle herzustellen. Aber um eine genaue Positionierung zu machen, ist sie relativ ungenau. Man sagt, in urbanen Gegenden wie Städten haben wir ungefähr eine Ortungsgenauigkeit von 200 bis 300 Metern. Auf dem platten Land kann es auch durchaus mal 6 Kilometer sein. Von daher ist das relativ ungenau, was da an der Ortung gemacht wird. Die haben erwähnt, dass das 2013 eingeführt wird. Wird das flächendeckend sein oder sind da bestimmte Bundesländer jetzt als Pilotregionen vorgesehen? Wir fangen jetzt sogar schon Ende 2012 mit dem Pilotversuch an. Wo Leitstellen das ganze System testen werden und wir noch Korrekturen vornehmen werden an dem ganzen System. Im Verlauf des Jahres 2013 werden wir nach und nach alle Leitstellen anbinden an das System. Können die sagen, wo es angefangen wird? In Hessen werden wir anfangen. Okay, in Zusammenarbeit mit dem Innenministerium. Genau. Okay. Ist jetzt die Frage, sind die Betroffenen selbst, also sind die da mit insolviert, sind da von Seiten von uns, das ist ja die Frage, was der Herr Nunn gerade gestellt hat, diese Formulierungsbegriffe. Ich habe mir Leitstellen angeguckt, das ist ja beim Landesverband der Gehörlosen Hessen beschäftigt. Und da ist immer diese Frage, Leitstellen haben relativ Schwierigkeiten damit, weil die wechselnde Personal haben, sich da anzupassen, weil ein Gehörloser wirklich Sätze von sich gibt. Das ist jetzt zum Beispiel, wir sagen, ein Mann liegt unter dem Baum, ein Gehörloser würde schreiben, Baum, Mann liegt. Das ist jetzt die Frage, würde derjenige, der dieses SMS empfängt, auf seinem Monitor es entsprechend verstehen? Da ist auf jeden Fall Schulungsaufwand auf Seiten der Leitstellen noch vonnöten, dass sie auch dazu in der Lage sind, solche Sätze zu verstehen oder auch, dass denen klar ist, dass sie da jetzt mit einem Sprach- oder Hörgeschädigten Menschen kommunizieren. Da sind wir, also dieses Problem wurde schon in Gesprächen mit dem Innenministerium auch adressiert, auch vom Innenministerium selbst. Und es ist also auf jeden Fall schon bei uns angekommen, dass da entsprechende Schulungen dann auch durchgeführt werden müssen. Sobald wir in den Rollout von der ganzen Geschichte gehen, dass es wirklich an die Öffentlichkeit geht, werden wir davor auf jeden Fall die entsprechenden Schulungsmaßnahmen dann auch durchführen. Da sind wir natürlich auch entsprechend auf Hilfe von den Sprach- und Hörgeschädigten Verbänden dann auch angewiesen, weil die am besten wissen, wie es letztendlich aussieht. Das habe ich dem Verantwortlichen in dem persönlichen Gespräch auch mitgeteilt. Und er wusste das zu diesem Zeitpunkt nicht. Das war im März, April. Deswegen, ja, denken wir mal, da war er dann recht fleißig gewesen, nämlich kurz drauf hatten wir auch Gespräche darüber geführt, wo er das dann auch angebracht hatte. Ist die Björn-Steiger-Stiftung der universelle Anbieter für Notruf-SMS in Deutschland oder gibt es dann auch noch andere Stiftungen oder Anbieter von dem Service? Und wenn Sie, also, oder antworten Sie erst mal darauf. Also es ist so, dass es Stand heute keinen anderen Anbieter gibt. Das liegt auch mit daran, wir sehen da nicht wirklich einen Markt drin, der von Wirtschaftsunternehmen in dem Fall beackert wird. So sehen wir uns auch nicht. Die Björn-Steiger-Stiftung ist eine gemeinnützige Stiftung. Die ganze Arbeit, die wir tun, wird spendenfinanziert gemacht. Und auch die Plattform, die wir da bauen, das ist ein Notrufinformationssystem, was wir insgesamt aufbauen werden. Das ist die Notruf-SMS ein Bestandteil davon. Okay. Wenn Sie jetzt sagen, Sie werden im Grunde genommen spendenfinanziert und sind im Grunde genommen auf sich selbst angewiesen, mein Verständnis ist, dass auch ein Staat die Verantwortung oder die Aufgabe hat, also, bitte? Für mich hat auch eben nicht nur bestimmte Infrastruktur bereitzustellen für die Gesellschaft, die diesen Staat halt dann ausmacht, sondern eben auch Notrufsysteme oder auch eben Rettungsdienste und so Sachen. Gibt es da seitens der Regierung keine Unterstützung? Und noch eine letzte Frage, bevor Sie jetzt antworten. Was kann die Piratenpartei konkret tun, um vielleicht hier diesen Anstrengungen auch zu unterstützen? Sie sagen es richtig, Sie sollten das tun. Die Frage ist nur, wo die immer die Grenze ziehen, was jetzt noch tatsächlich Bereich der hoheitlichen Aufgaben ist und was nicht. Damit, dass Sie ja die Möglichkeit geschaffen haben, per Fax Notrufe abzusetzen, sind die der Ansicht, dass Sie da Ihre Schuldigkeit schon getan haben. Und Sie können das ja auch noch prima begründen, indem Sie sagen, ja, die SMS ist nicht echtzeitfähig, aus dem Grund ist sie nicht brauchbar für Notruf, weil man sagt, ja, bei einer Zuverlässigkeit von 98 Prozent, dann lassen wir doch mal lieber die 98 von 100 einfach mal hinten runterfallen, die es geschafft hätten durchzukommen, nur weil eventuell zwei Notrufe nicht durchkommen. Das ist so die Einstellung der entsprechenden Regierungsbehörden an der Stelle. Eine Anmerkung noch. Wir selbst, ich bin zu Hause, habe kein Faktgerät mehr. Ich weiß nicht, Kerstin, bei dir hat ein Faktgerät noch? Hat auch keins mehr? Sascha, hast du ein Faktgerät zu Hause? Sozusagen Julia, du hast auch keins. Also, sozusagen, da ist schon mal, wenn man jetzt 108 durchfallen würde, würden jetzt in dem Moment nach dieser Regelung vier durchfallen von 100. So sieht es aus. Also, präsentual sind es schon mehr. Das ist, was wir den Verantwortlichen auch schon gesagt haben, dass selbst die Sprach- und Hörgeschädigten keine Faktgeräte mehr zu Hause einsetzen. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal mein Faktgerät zu Hause verwendet habe. Ich habe da zwar noch so eins, aber verwendet wurde schon ewig nicht mehr. Ich habe jetzt ganz kurz noch eine Frage zu der Zellortung. Sie haben vorhin gesagt, es wird nicht von allen Netzbetreibern angeboten. Welche Netzbetreiber bieten es nicht an und warum nicht? E-Plus. E-Plus bietet es nicht mehr an. Ende 2010 haben die ihre LBS-Systeme, also ihr Zellortungssysteme, abgeschalten. Begründung war, das rechnet sich für die nicht. Die Zellortung oder der LBS-Dienst wurde in den, wann war WAP nochmal drin gewesen? Ich glaube, das war irgendwann Mitte der 90er Jahre oder sowas. Da dachte man damals, als WAP eingeführt wurde, da wurde auch LBS eingeführt. Dann dachten die Netzbauwider, dass sie da einen riesen Reibach mitmachen können mit lokationsbasierten Diensten. Jetzt sind sie letztendlich von der Technologie der Endgeräte überholt worden. Jedes der Smartphones hat mittlerweile GPS an Bord, sodass kein Mensch mehr die LBS-Dienste braucht. Mit dem Resultat, dass dann eben die preisgünstigen Angebeter, wie eben das E-Plus ist, sagen, dann brauchen wir auch die Lizenzkosten für das LBS-System nicht mehr auszugeben und wir sparen uns die ganze Geschichte. Das heißt nicht, dass die keine Zellortung durchführen können. Die müssen es noch weiterhin können, weil Stand heute ist es so, dass die Polizeien zum Beispiel, wenn sie eine Ortung durchführen, direkt sich an die Netzbetreiber wenden. Das funktioniert so, dass sie ein Formularfax haben, indem sie das ausfüllen, das an die Netzbetreiber schicken. Die Netzbetreiber dann das überprüfen, ob das rechtens ist, dass da jetzt eine Ortung durchgeführt wird. Und dann schicken die mit einer Zeitverzögerung von minimal 45 Minuten, das kann aber auch mal länger dauern, eine Ortung zurück, die dann auch beliebig veraltet ist. Das ist so die Herangehensweise, die sie jetzt im Stand heute haben. Aber letztendlich ist es so, E-Plus ist der Netzbetreiber, der jetzt im Moment kein LBS mehr hat. Vielleicht gerade noch eine Frage dazu. Jetzt sind Sie bestimmt mit E-Plus im Gespräch. Wie denkt E-Plus das Problem aufzufangen? Gut, die sagen, wir haben die Möglichkeit für die gesetzlichen, wir erfüllen die gesetzlichen Anforderungen, dass wir die Möglichkeit schaffen, eine Ortung durchzuführen, auch wenn die jetzt nicht so komfortabel für die Leitstellen ist oder für die Polizeien, wie das jetzt über unser System eventuell möglich ist. Aber sie haben da, ehrlich gesagt, erstmal noch keine Lösung. Also ich denke mal, also wir sind mit E-Plus da auch im Gespräch. Also ich denke mal, dass wir vielleicht da auch eine Lösung hinkriegen können. Das wird die Zeit weisen. Zum Anmerken, dass E-Plus selber ein Sonderangebot oder beziehungsweise ein extra Angebot für gehörlose Menschen hat, einen Tarif und viele gehörlose E-Plus nutzen. Also ganz interessanterweise Konsolationen bieten das eine und können dann entsprechend nicht damit anfangen. Ich denke mal, dass sie sich über die Tragweite nicht im Klaren waren, als sie die Entscheidung getroffen haben. Das wäre ein Argument. Sie dürfen eines nicht vergessen, der LBS-Dienst ist eigentlich ein kommerzieller Dienst der Netzbetreiber, worüber normalerweise Diensteanbieter, die irgendwelche lokationsbasierten Dienste anbieten wollen, darüber eine Ortung durchführen können. Ein prominentes Beispiel, ich weiß nicht, ob das jeder kennt, aber das ist jetzt das, was ich am besten kenne. Ein prominentes Beispiel, der LBS-Dienste verwendet, ist zum Beispiel die Bahn mit ihrem Produkt Touch & Travel. Und dort steht in den Bedingungen eben drin, funktioniert nur mit Vodafone, T-Mobile oder O2-Handys. E-Plus-Handys geht leider nicht. Frau Merkel hatte am 14. März 2013 schon darüber gesprochen, dass ein SMS-Notruf eigentlich eingeführt werden sollte, noch in diesem Jahr. Ich wundere mich die ganze Zeit. Also Sie halten sich da jetzt sehr raus und zeigen sich da sehr, sehr neutral, aber sie hat was gesagt und sie hat was zugesichert und es kam bisher nichts. Naja, so ganz nichts ist es nicht. Es gibt durchaus Leitstellen, die haben dieses Problem adressiert. Das haben sie in der Form adressiert, dass sie bei sich in der Leitstelle ein Handy an einem Netzteil auf dem Schreibtisch liegen haben, haben die Handynummer zu diesem Handy bekannt gegeben für die Region, sodass Menschen in dieser Region, die sich hoffentlich an diese Handynummer erinnern, dann auch dorthin Notruf-SMS absetzen können. Aber das geht mitnichten über die 110 und die 112. Das hat auch die Frau Merkel an der Stelle nicht so ganz deutlich gesagt. Aber sie meinte genau diese Projekte. Okay. Ich meine, es ist so, dass die Mehrheit der Bevölkerung natürlich ein Handy haben, das SMS-fähig ist. Und es ist die Frage, inwieweit das zukunftsfähig ist, wenn die SMS-Funktion einfach weniger benutzt wird, weil dann andere Messenger benutzt werden, WhatsApp oder Sonstiges. Und man wird dann am Ende diese Technik vielleicht gestrichen, die SMS-Technik. Und man hat es dann vielleicht ein paar Jahre benutzt und irgendwann wird die Technik nicht mehr angeboten. Und dann müsste man halt nochmal gucken, dass man es vielleicht irgendwie anders macht, dass man es über einen Messenger laufen lässt, über WhatsApp, über iChat oder solche Sachen. Ist das möglich, wenn man so zukunftsorientiert guckt, wie es dann in drei bis fünf Jahren aussieht? Weil dann hat die Funktion SMS vielleicht ausgedient und dann wird sie nicht mehr benutzt. Wie sieht es da aus? Die SMS ist, muss man wissen, ein Abfallprodukt. Und zwar, die Mobilnetzbetreiber, als sie damals die SMS entdeckt haben, haben die eigentlich gar nicht gedacht, dass es ein Geschäftsmodell darstellt. Die haben dank der Sprach- und Hörgeschädigten herausgefunden, dass die SMS wohl durchaus ein Geschäftsmodell darstellen kann, weil die irgendwann mal feststellten, komisch, wieso ist denn über die SMS, warum läuft da so viel Traffic drüber? Das haben wir doch gar nicht großartig bei uns in Verwendung. Und die stellten dann raus, dass dann mittlerweile sogenannte Hacks im Umlauf waren, wo beschrieben wurde, was muss ich in meinem Handy einstellen, um SMS erfolgreich im Vodafone, T-Mobile, O2, E-Plus-Netz verschicken zu können. Und das hat sich dann bei den Sprach- und Hörgeschädigten umgesprochen und auch bei Techies umgesprochen, wie das funktioniert. Und die haben das alles verwendet, bis dann die Netzbetreiber gedacht haben, prima, da können wir auch den Geldhahn aufdrehen und können daraus ein Geschäftsmodell machen. Warum hole ich jetzt da so weit aus? Der Hintergrund ist der, die SMS ist in den Protokolltiefen des Mobilfunknetzes ganz, ganz, ganz tief unten untergebracht. Die diente eigentlich dazu, dass Netzwerkkomponenten miteinander kommunizieren können. Dafür war die SMS eigentlich gedacht. Nicht, dass Endgeräte miteinander kommunizieren können, beziehungsweise Endbenutzer miteinander kommunizieren können, sondern, dass Netzwerkkomponenten miteinander kommunizieren können. Das war eigentlich der Hintergrund, weswegen es die SMS gegeben hat. Und deswegen wird die SMS, wenn sie die abschalten, wird das Mobilfunknetzwerk nicht mehr funktionieren, weil sie eben eine Kernkomponente des Netzwerks ist. Aus dem Grund, das ist auch mit dem Grund, weswegen wir sagen, wir nehmen die SMS und keinen anderen Messenger-Dienst, um eben den Sprach- und Hörlosen-Notruf zu realisieren. Sie haben gerade von der Fehlerquote bei der Zellortung gesprochen. Also in der Stadt sind es rund 200 Meter. Das ist in einer dicht besiedelten Fläche schon nicht gerade gut. Aber auf dem Land bis zu sechs Kilometer. Das ist viel. Sechs Kilometer abzusuchen, ein Gebiet mit einem Radius von sechs Kilometer. Das ist ordentlich. Deswegen meine Frage, wieso wird an diesem Notruf-SMS nicht gleich ein GPS-Signal gekoppelt, weil man dann eben die Position genau hat. Und es betrifft ja nicht nur Menschen, die gehörlos sind, sondern wenn jemand eine Herzattacke oder Ähnliches hat, ist der auch nicht gerade besonders kommunikationsfähig, sondern der wird froh sein, wenn der nur noch irgendein Knöpfchen drücken muss und Hilfe kommt. Das ist sogar noch schlimmer. Es gibt hier in Deutschland sogar eine Megazelle, die einen Durchmesser von 30 Kilometern hat, um es noch schlimmer zu machen. Aber Sie haben recht. Das ist auch etwas, wie gesagt, wir haben die Handy-Ortung 2006 hier in Deutschland eingeführt, die Bernsteiger-Stiftung. Und das ist auch so, das, wo es den Leitstellen am ärgsten am Schuh drückt, ist nämlich diese Ungenauigkeit der Zellortung, die unsere derzeitige Plattform auch nur anbietet. Wir arbeiten daran, Technologien zu finden, einzuführen, mit der wir die Genauigkeit erhöhen können, verbessern können, und die aber gleichzeitig nicht unbedingt irgendwelche speziellen Voraussetzungen an den Endgeräten des Benutzers irgendwo hat. Wir sind da dran, das ist nicht ganz einfach, die Sache so zu lösen. Und es wird auf jeden Fall von uns dazu Informationen geben, wenn wir entsprechendes realisiert haben. Also wir haben da verschiedene Ideen im Moment, die da entwickelt werden auf unserer Seite. Das bedarf aber auch der Unterstützung der Netzbetreiber. Das ist nicht einfach, vor allem, weil die mich jedes Mal fragen, ja, wo ist mein Business Case dahinter, wenn ich das tue. Und das macht es nicht gerade einfach, weil wir eben sagen, da ist kein Business Case dahinter, wir machen die Notfallortung, die kostet nichts, soll auch nichts kosten. Ich hätte noch mal eine Frage zu dem nichtstaatlichen Betrieb. Also normalerweise ist das ja so, die Feuerwehrleitstelle in Frankfurt, die hat ihre eigenen Telefonleitungen, die hat ihre eigenen Datenleitungen, die haben Notstromaggregate für ein paar Tage, die sind so richtig, richtig ausfallsicher. Jetzt haben Sie vorhin gesagt, letzten Endes, dieser Ortungsdienst ist eine Web-Anwendung. Webseiten, Server können ausfallen, können Denial-of-Service-Attacken kriegen und sonstige böse Sachen. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn so etwas Wichtiges wie der SMS-Notruf installiert wird, dass da doch eine gehörige Ausfallsicherheit dazugehören sollte und dass das deswegen eigentlich eine staatliche Aufgabe sein sollte. Oder wie ausfallsicher sind diese Dienste der Björn-Steiger-Stiftung? Sind die gespiegelt irgendwo? Oder wie machten Sie das? Dass etwas staatlich ist, heißt noch lange nicht, dass es deswegen ausfallsicherer ist. Das ist mal vorweggeschickt. Aber selbstverständlich sind wir natürlich, ist unser System entsprechend so aufgestellt, dass wir eine Ausfallsicherheit da gewährleisten. Auch einen gewissen Schutz gegen entsprechend Denial-of-Service-Attacken und so weiter haben wir auch entsprechend implementiert bei uns, um eben genau unsere Seite vor solchen Übergriffen zu schützen. Zumal wir ja auch einen eingeschränkten Nutzerkreis haben, die ja nur auf diese Systeme drauf können. Das macht es letztendlich ein bisschen leichter, diese Systeme vor Angriffen von außen eben auch zu schützen. Und ja, wir haben einiges an Ressourcen dazu aufgebracht, um das eben realisieren zu können in der Form, dass wir dann möglichst stabilis und ausfallsicheres System dann da aufgebaut haben. Das wird auch mit der Zeit noch weiter wachsen und steigen an der Stelle. Und dass die Stadt Frankfurt alles das hat, das ist das Glück für die Leitstelle bei der Stadt Frankfurt, liegt mit daran, weil es eben städtischer Bereich ist. Es gibt Leitstellen draußen im Land, die sind nicht so gut aufgestellt wie die Leitstelle in Frankfurt. Ja, so meine Frage zielte letztlich darauf ab. Also nicht, dass ich der Björn-Steiger-Stiftung misstrauen würde, sondern politisch als Piratenpartei sollten wir uns dafür einsetzen, dass das letzten Endes vom Staat übernommen wird oder die Kosten erstattet oder dass der Staat sich irgendwie damit beteiligt. Das wäre schön, wenn wir das erreichen könnten. Das ist aber nicht die Art und Weise, wie die Stiftung letztendlich das macht. Wir weisen jeweils immer auf Missstände irgendwo hin. Versuchen sie zu realisieren, dass diese Missstände beseitigt werden, dass das irgendwo läuft, weil wir die Feststellung gemacht haben, häufig genug in der Vergangenheit, dass man von der Politik im Stich gelassen wird in dem Fall. Ich meine, allein wenn man damals an die 110, 112-Geschichte denkt, das ist so ein Paradebeispiel dafür, wo Innenministerien immer wieder gesagt haben, nee, das kann man überhaupt nicht bezahlen, das ist unbezahlbar und das dann die Pfiffigkeit vom Siegfried Steiger bedurfte, dass tatsächlich der Notruf umgesetzt werden kann. Das sind Initiativen, wie sie die Stiftung halt eben macht. Letztendlich bekommt die Politik dann einfach einen Spiegel vorgehalten und gesagt, es geht doch und wir haben das jetzt hier realisiert. Okay, dann habe ich noch eine Frage, die schließt eigentlich an vorhin an. Sie sagten, dass die Unternehmen natürlich auch nach dem wirtschaftlichen Faktor fragen. Jetzt ist aber doch der Punkt, dass eben halt von so einem SMS-Notruf eben halt nicht nur Gehörlose profitieren würden, was für sich schon ein Grund wäre, das vernünftig auszustatten. Wenn da persönlich oder wenn da freiwillig nichts von den Unternehmen kommt und die sich dann eben halt darauf zurückziehen, dass das ja kosten würde, ist dann nicht eigentlich der Gesetzgeber gefragt, dass die Anbieter einfach dazu per Gesetz verpflichtet werden? Das würde voraussetzen, dass der Gesetzgeber die Notwendigkeit darin besieht, eine entsprechende Gesetzesvorlage zu machen. Das haben wir ja versucht, dass eben entsprechend die Notruf-SMS als auch die Handyordnung, so wie wir sie verstehen, ins Telekommunikationsgesetz mit reinkommt, sodass eben die Netzbetreiber auch dazu verpflichtet werden, solche Sachen zu machen. Man hat nur bei den Verantwortlichen, also das ist letztendlich das Bundeswirtschaftsministerium, was dafür verantwortlich ist, für das Telekommunikationsgesetz, nicht die Notwendigkeit darin gesehen, beziehungsweise deren technischer Berater, was die Bundesnetzagentur ist, hat denen gesagt, die SMS ist unbrauchbar, weil sie nicht echtzeitfähig ist, deswegen lassen wir sie weg. Das ist das Problem. Der politische Wille ist schlicht und ergreifend nicht da. Wir hatten damals, als es eine Novellierung zum Telekommunikationsgesetz gegeben hat, wo die, gerade speziell auch die Handyordnung nur reguliert werden sollte, hatten wir entsprechende Eingaben in den Bundestag gemacht. Wir haben alle 612 Bundestagsabgeordneten angeschrieben und haben ihnen erklärt, warum das, was da drin steht, ausgemachter Unsinn ist. Entschuldigung, wenn ich es so blöd ausdrücke, aber es ist unzureichend für die Bedürfnisse, wie sie in den Leitstellen der Fall ist, weil die haben sich dort ausgedacht, dass mit jedem Anruf bei der 112 gleich die Ortungsinformation des Anrufers mit übermittelt wird. Wir wissen aber aus der Praxis, weil wir das schon seit 2006 machen, dass zwei Drittel aller Ortungen, die die Leitstellen durchführen, nicht die Ortung des Anrufers sind, sondern es wird eine Fremdortung durchgeführt, weil die einen Anruf bekommen, wo ein Angehöriger sagt, ich habe eine Suizidandrohung von meinem Lebenspartner, der hat bestimmt sein Handy dabei, versucht den mal zu finden und haltet ihn davon ab, von der Brücke zu springen. Das sind zwei Drittel der Ortungen, die die durchführen. Und das, was die Bundesregierung sich jetzt überlegt hat, war, dass alle 30 Millionen Notrufe, die jährlich bei den Leitstellen eingehen, alle geortet werden. Zu einem Überfluss werden diese Ortungsinformationen je nach Bundesland bis zu einem Jahr lang gespeichert. Das heißt, wir tun hier gerade eine riesige Vorratsdatenspeicherung wird dort eigentlich vorgesehen. gesetzesmäßig. Und nicht mal ein Prozent dieser Anrufe bedürfen auch tatsächlich einer Ortung an der Stelle. Was, 10 Prozent? Mal kurz drinnen. Ja, hättet man das. Ich habe mal noch eine ganz andere Frage. Wie sieht eigentlich die Zusammenarbeit mit den anderen Rettungssystemen aus, die wir so haben? Rotes Kreuz, Johanniter, Unfallhilfe, wie sie auch alle heißen. Denn ich weiß, bei uns, in unserem Landkreis gibt es immer wieder Debatten, dass sich der Rotkreuz-Krankenwagen darf nur in dem Stadtbezirk fahren und die Johanniter dürfen nur da fahren. Also das fängt ja schon im Kleinen an. Wie sieht da die Zusammenarbeit mit allen anderen Systemen aus? Denn ich denke, das ist auch nicht zu vernachlässigen, denn das gehört ja irgendwo zusammen in dem ganzen Bild. Gebe ich Ihnen recht. Wäre schön, wenn das alles irgendwo harmonisiert wäre, wäre die ganze Geschichte. Das Dumme ist nur hier in Deutschland, das ist, dass der Rettungsdienst unter den, wo sind es, eins, zwei, drei, vier großen Rettungsdienstanbietern aufgeteilt ist. Das ist ein Markt, da geht es um Geld und um nichts anderes. Da wird, das ist nicht eigentlich weniger was humanistisches, was hier durchgeführt wird, oder altruistisches, was hier durchgeführt wird, sondern es geht schlicht und ergreifend um Geld bei der ganzen Geschichte. Und wir haben jetzt, muss ich dazu sagen, nicht direkt eine Schnittstelle zu den Rettungsdiensten selbst, weil unsere Schnittstelle letztendlich ist die Rettungsleitstelle. Und die kann durchaus vom Deutschen Roten Kreuz betrieben werden, die kann aber auch von der Berufsfeuerwehr betrieben werden, die kann aber auch genauso vom Landkreis selbst betrieben werden. Das ist ganz unterschiedlich, wer da der Träger von der ganzen Geschichte ist. Und wir haben zu den Leitstellen hier in Deutschland ein ganz gutes Verhältnis. Wir kennen die alle, aufgrund dessen, weil wir Notruftelefone hatten und die zum Teil bei denen aufgeschaltet waren, beziehungsweise die Informationen von uns bekommen haben, wo die Dinge alle stehen. Und von daher haben wir über die Jahre einen stetigen Kontakt zu den Leitstellen immer gehabt. Gerade zu den Leitstellen noch was. Von wegen, ihr wollt ja, dass es eine zentrale Rufnummer gibt. Ich bin auch dafür. Aber meine eigene persönliche Erfahrung war folgender. Vor nicht allzu langer Zeit brauchten wir in unserem Haushalt den Rettungswagen. Gott sei Dank ist mein Nachbar Arzt. Den haben wir dann geholt. Meinen da, okay Petra, wir holen den Rettungswagen, aber rufen nicht die 110 an, das dauert ewig. Hier ist die Nummer von der Leitstelle, rufe der Rad an direkt. Das geht viel schneller. Und Ponto, genau so war es. Also das darf ja eigentlich dann auch nicht sein. Also irgendwas stimmt da ja nicht. Die 110 wäre ja schon mal grundsätzlich mal verkehrt gewesen, weil der Rettungsdienst über die 112 erreichbar ist. Aber damit hängt das zusammen, dass das Routing der 112 im Telefonnetz stattfindet. Und das wird dann auf die eigentlich zuständige Leitstelle aufgeschalten. Zweitens ist es aber, dass es so ist, dass in einigen ländlichen Bereichen die Leitstelle nachts weniger stark besetzt ist, sodass die 112 dann eben in größere Städte oder größere Leitstellen aufgeschaltet ist und die verbinden dann letztendlich weiter, wenn es dann irgendwie notwendig ist oder disponieren den Einsatz direkt von dort aus. Aus dem Grund kam wahrscheinlich, von daher kam wahrscheinlich auch die Aussage von dem beförderndeten Arzt. Inwiefern wird das jetzt mit den Unternehmen auch darüber gesprochen, also mit den Mobilfunkanbietern, die hatten ja im letzten Jahr ein neues System, das SMS, vorgestellt. Das ist ja mit Videotreaming, mit Videochat, allen möglichen Faktoren, die dann da möglich sind über das SMS-System. Inwiefern wird das mit integriert? Weil das Problem, die Geschichte, das Notfakt ist ja auch, wir waren auch selber mit sozusagen dabei, nach der Veröffentlichung, dass es dieses Notfakt gibt, war das auch gleichzeitig auch veraltert, weil das SMS gab es dann ja daraufhin, deswegen ist es jetzt die Frage, wie wird dann darauf basiert? Also den Dienst, den die Netzbetreiber dort anbieten, das ist im Prinzip genauso wie WhatsApp, wie jedes andere Instant-Messaging-System, das IP-basiert ist. Und das hat eben genau die gleichen Schwächen, wie alle anderen Messaging-Systeme. Ich habe die Ankündigung auch gehört, habe mit den Netzbetreibern diesbezüglich Kontakt aufgenommen, habe dann eben relativ schnell festgestellt, dass es eher unbrauchbar ist und dass die dann letztendlich da auch als Backup die SMS letztendlich verwenden. Ähnlich wie es jetzt Apple ja mit dem iMessage ja auch zum Beispiel tut. Das heißt im Grunde genommen, würde ja passieren, dass die Funktion oder beziehungsweise das App, was da ja drauf ist, die Funktion oder das SMS, würde dann entsprechend bei neuen Handys ja nicht mehr vorhanden sein. Man müsste das als Betroffener oder einer, der das nutzen möchte, müsste das dann entsprechend runterladen. Weil die Vermutung war, also die Diskussion unter den Betroffenen war, dass die Funktion des reinen SMS, dass das überhaupt nicht mehr aufgeladen wird, sondern dass man das nun extra aufladen muss. Bisher ist es ja so, wenn man das Handy bekommt, ist es ja drauf. Ich weiß, ich habe die Funktion SMS, ich kann SMS schicken. Aber bei den neuen Handys, ab 2013, 2014, wird diese Funktion wegfallen. Da wäre ich mir noch nicht so ganz sicher, ob das wirklich so der Fall sein wird. Also das wage ich Stand heute noch zu bezweifeln, weil das Ganze ist bisher bei denen noch nicht wirklich in Bewegung geraten, bei den Netzbetreibern. Wie sieht das bei dem iPhone aus? Da ist es ja schon weg. Da ist es nicht weg. Da ist es so, dass wenn Sie im iPhone eine Netzwerk-Kurzwahl wählen, wird es immer als SMS rausgeschickt. Das schickt nur dann das Ding als iMessage per IP raus, wenn es sieht, okay, die andere Nummer ist eine iPhone-Nummer, die kenne ich, da kann ich per iMessage was rüber schicken und dann wird es versucht, solange das Gerät irgendwie erreichbar ist, dann auch per iMessage zuzustellen. Aber selbst wenn das nicht erreichbar ist, per iMessage, weil es eben nicht ins Netz eingebucht ist, wird die Nachricht per SMS dann letztendlich rausgeschickt. Also ich müsste so etwas sagen, vor ein paar Monaten war ich bei einem Vortrag dabei. In dem Vortrag ging es um das Thema Notrufsysteme in anderen Ländern und vor ein paar Jahren war ich in Schweden, also es ging dabei auch um Schweden, um das schwedische Notrufsysteme und da ging es tatsächlich über einen Videovermittlungsdienst. Es wurde dann eine Webcam aufgestellt, es gab dort einen Dolmetscher, der hat das praktisch übersetzt in die deutsche Lautsprache für die Notrufzentrale. Und es wurde dann auch 2012 dieses Notruf-SMS-System eingeführt. Es war auch in Schweden und im Monat Mai 2012 war es dann so, dass dieses SMS-System, dieses Video-Chat-System überholt hat. Und in Schweden ist es dann einfach so gewesen, dass, man muss dazu sagen, die Anzahl der höher geschädigten Menschen in Schweden ist nicht zu vergleichen mit der in Deutschland. Aber die haben trotzdem irgendwie 6.800 Notrufe per SMS dort abgesendet in Schweden. Das ist schon eine ziemlich, ziemlich hohe Zahl. Also kann man doch daraus irgendwie sagen oder daraus irgendwie schließen, dass dieses SMS-System natürlich sehr, sehr wichtig in Deutschland ist, dass es eingeführt werden soll und dass man es auf jeden Fall braucht, weil die Notwendigkeit, wie man in Schweden sieht, ist erwiesen. Sehe ich auch so. Es gibt auch durchaus, in Luxemburg zum Beispiel können Sie auch direkt die 112 per SMS auch erreichen. Gut, man muss dazu sagen, die Luxemburger haben es ein bisschen einfacher. Die haben eine Leitstelle. Damit haben sie Problematik nicht mit dem Zuordnen, wohin. Aber die SMS ist halt einfach, weil sie so einfach ist, so basic ist und keine IP-Verbindung benötigt, kein Video-Equipment irgendwelcher Art oder sonst irgendwas. Deswegen ist sie auch für den Notruf einsetzbar. Man darf, wenn es um den Notruf angeht, muss man wirklich die Anforderungen, das technisch Möglichen ein bisschen runterschrauben, weil das hat eben nicht jeder. Man muss es wirklich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner runterbrechen, um möglichst breite Bevölkerungsschichten dann auch erreichen zu können. So, jetzt hat die Sache mit dem SMS-Notruf doch länger gedacht mit den Fragen als gedacht, aber es ist ja positiv zu sehen. Ich würde jetzt so sehen, dass wir jetzt nur noch die formale Gründung des Arbeitskreises machen. Das heißt, einen Koordinator bestimmen oder beziehungsweise besprechen, wie wir zwischen den Treffen kommunizieren wollen und die eigentlich angedachte Erarbeitung eines Leitbildes dann vielleicht online oder am nächsten Treffen dann erst machen und online vielleicht dazwischen vorbereiten. So, ich habe jetzt hier bei mir kurz vorbereitet ein kleines Protokoll, dass wir das etwas mitprotokollieren. Ich würde jetzt hier ganz einfach mal in die Runde fragen, wer möchte Gründungsmitglied des Arbeitskreises sein? So, jetzt muss ich mal gucken. Ich lege das Mikrofon mal kurz zur Seite, dass ich mitschreiben kann. So, jetzt habe ich hier insgesamt sieben, inklusive mir. Ich habe mich beinahe vergessen. So, jetzt habe ich hier noch als Punkt Bestandsaufnahme, was ist momentan im Programm der Piratenpartei? Ich denke, das vertagen wir aufs nächste Mal. So, wer soll denn der Verantwortliche beziehungsweise der Koordinator sein? Ja, das habe ich mir halb so gedacht, dass ich das wieder sein soll. Kommt davon, wenn ich sowas anstoße. So. Wir gucken mal, wie das klappt mit mir und ob wir noch einen Stellvertreter brauchen. Je nachdem, wie die Arbeitsbelastung ist. Wollen wir uns darauf einigen, wie wir oder in welchem Zyklus wir Realtreffen auch in Auge machen wollen? Feste Zyklen oder wollen wir das zwischendrin absprechen nach Bedarf? Ich finde, das sollten wir flexibel handhaben. Wir sollten vielleicht festlegen, wie wir kommunizieren, heißt Mailing-Liste und da sollten wir definitiv regelmäßig irgendwie Telefonkonferenzen ansetzen, dass das auf jeden Fall stattfindet, aber Realtreffen würde ich bei Bedarf. Christoph, Telefonkonferenzen scheiden aus. Tut mir leid. Ja, ihr habt wohl vom Recht, ja. Geil, geil. Können wir das nicht irgendwie aus einer Kombination aus Telefonkonferenz und IRC, kriegen wir das dann nicht irgendwie gewuppt? Wir müssen ja irgendwie arbeiten und ich glaube, nur über Re-Live-Treffen funktioniert es nicht. Ich hatte mir ja mit dem Arbeitsmittel auch schon Gedanken gemacht, also Mailing-Liste auf jeden Fall, weil per E-Mail hat Julia Gehörlose kein Problem, haben auch Blinde kein Problem. Das haben wir schon in der AG Barrierefreiheit getestet auf Bundesebene, statt jetzt Telefonkonferenzen, damit auch Julia mitmachen kann und so weiter, hätte ich jetzt ein Chat-System wie IRC oder so vorgeschlagen, dass wir das darüber dann einfach machen. Dann haben wir darüber auch bei Bedarf gleich ein Chat-Protokoll, auch dass man mal noch was nachkontrollieren kann, wie war denn was gewesen. So. dann natürlich eine Wiki-Seite, dass wir unsere Kontaktinformationen, wie man uns kontaktieren kann, unsere Arbeitsstände, wo wir gerade dran arbeiten oder was auch immer protokollieren, auch für andere als Anlaufstelle, die sowas suchen. Dann habe ich jetzt hier noch, aber das können wir auch das nächste Mal machen, kommt auf die Themen drauf an, die Arbeit in kleinere Untergruppen aufteilen. Kommt drauf an mit, was wir dann anfangen. Und dann habe ich hier noch einen Punkt, Ideen für verschiedene Aktionen, das können wir auch zwischen den Treffen schon mal uns überlegen und protokollieren, wenn wir die Mailing-Liste dann, die uns dann die Hessen-IT hoffentlich zügig einrichtet. Und ja, das wäre eigentlich schon das Formale. Das war jetzt ziemlich zügig. Nächstes Treffen. Genau. Der Name, wie wollen wir uns denn nennen? Wir hatten per E-Mail eine ziemliche Diskussion. Ich hatte im Vorfeld den Arbeitskreis Behindertenpolitik einfach mal genommen, weil man sich unter dem Begriff Behindertenpolitik dann schon mal in etwa was vorstellen kann. Jetzt haben wir uns per E-Mail gestritten und wie es ihn jetzt heißen soll. Wollen wir das jetzt beibehalten, weil es einfach schon bekannt ist, dass wir es Arbeitskreis Behindertenpolitik nennen, aber eigentlich fällt in unserem Bereich ja auch andere Sachen wie ältere Menschen mit Barrierefreiheit und so viel auch noch rein. Das ist jetzt nicht unbedingt behindert oder so zu sehen. Es ist halt die Frage, was wir hier erarbeiten wollen. Ob wir wirklich nur auf die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung eingehen wollen oder ob wir eben auch auf ältere Menschen, die aufgrund ihres Alters eben Beschränkungen haben, mit einschließen wollen. Also Johannes, du hast es ja am Anfang in deiner Anfangsrede schon gesagt, dass es einen viel größeren Kreis betrifft. Da gibt es zwar sehr große Überschneidungen, also auch ältere Menschen hören schlecht oder sehen schlecht oder sind nicht mehr so mobil, aber die haben ein Problem damit, sich selbst als behindert zu begreifen. sie sind halt alt und genauso ist es eben also genauso ist es eigentlich auch bei jungen Menschen. Also Inklusion in der Schule ist ja jetzt ein sehr großes Thema und in Frankfurt beispielsweise sind die meisten Schülerinnen und Schüler an der Förderschule wegen Verhaltensauffälligkeiten und wegen Sprachproblemen und das ist jetzt nicht unbedingt was, wo eine Behinderung Voraussetzung ist, sondern eben auch viele mit einem Migrationshintergrund oder einfach einem sozial niedrigen Niveau bildungsferne Schichten oder so und ich glaube in dem Moment kannst du das nicht mehr trennen. Jetzt sowas wie Arbeitskreis Antidiskriminierung oder so würde es besser treffen, aber Antidiskriminierung ist ein furchtbar kompliziertes Wort, also aber so in die Richtung würde ich es lieber sehen. Wie sehen das die anderen? Peter? Also aus meiner Sicht würde ich mal Folgendes sagen, der Ursprung dessen, weil wir Behindertenpolitik das genannt hatten am Anfang, Johannes und ich hatten auch lange darüber diskutiert, weil wir wurden halt von Ort zu Ort nebeneinander und der Ursprung war ja die UN-Behindertenrechtskonvention und daraus resultiert natürlich auch viele andere Schnittmengen mit anderen Gruppierungen, sei es jetzt Migrantenpolitik, Sozialpolitik, Arbeitspolitik, Wirtschaftsrecht, überall greift diese UN-Behindertenrechtskonvention wie soll ich sagen, nicht ein, miteinander stoßen aneinander, Ecken aneinander und deswegen würde ich vielleicht sogar vorschlagen, sodass wir auch viele mit einbeziehen, ältere, junge, alte, was auch immer, dass wir es einfach Inklusionspolitik nennen. Dann hätten wir nämlich so ziemlich alle drin, niemand wird diskriminiert und da würden wir alles mit abdecken, wäre mein Vorschlag. Inklusion kann ich mich mit anschließen, was vielleicht auch noch ein Punkt wäre, wäre schlicht Barrierefreiheit, weil wir Barrieren abbauen wollen und zwar für jeden Menschen, völlig egal, was seine Barriere ist, ob es eine sprachliche Barriere ist, ob es eine soziale Barriere ist, völlig egal, die Barrieren müssen weg. Deswegen wäre Barrierefreiheit vielleicht auch noch eine Alternative. Wie wäre das denn, wenn wir diese zwei Begriffe irgendwie komponieren? Wir sind ja nicht darauf geeicht oder sind nicht gezwungen, wirklich nur einen Begriff als Name zu nehmen. Wir können ja auch zwei Begriffe nehmen, dass wir es mit Bindestrich verbinden oder wie auch immer. Da fällt mir gerade noch was ein. Barrierefreiheit, andersrum gesagt, Inklusion beinhaltet auch die Forderung nach Barrierefreiheit. Also denke ich mal, Inklusionspolitik als großer Oberbegriff, zum einen. Zum anderen haben wir ja auch schon eine AG Barrierefreiheit, die ist glaube ich unter Bundes AG und die, wo wir heute machen, ist jetzt nun Landes oder Bund. Da bin ich jetzt was, Land. Also dann würde ich sagen, bleiben wir beim Land, bei Inklusionspolitik. Barrierefreiheit haben wir sowieso, da sind wir sogar auch beide mit drin. Dann würden wir eh immer das eine mit dem anderen kombinieren. Wie wäre es? Ja, stimmen wir das doch ab. Arbeitskreis Inklusionspolitik, wer ist denn dafür? Sieht gut aus. Danke. Nächstes Treffen, hatten wir gesagt, machen wir dann auf der Mailingliste. Ja, dann wären wir eigentlich so weit formal durch. Hat jemand noch irgendein Anliegen? Wie sieht es denn aus zum Tag der Behinderten am 3. Dezember, glaube ich? Wollen wir da irgendwas machen? Das hatte ich schon an die Vorständeliste generell geschickt, mit der Bitte, das auf die Landesverbände weiter zu verteilen. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit das passiert ist. Ich habe keine Rückmeldung gekriegt. Ich hatte mit Martina schon gesprochen, dass wir zumindest mal auf Bundesebene eine Pressemitteilung in der Hinsicht machen. Das ist das Mindeste. Und wir können gerne in Hessen versuchen, eine Aktion zu starten. Also nichts dagegen. Also ich hatte schon mal eine Anfrage bekommen. Also ich hatte eine Anfrage bekommen, ob wir für den Tag der Behinderten was schreiben können. Das wäre eine Pressemitteilung, ob wir da was rausgeben. Das ist angedacht auf Bundesebene zumindest. Wir können gerne auf Landesebene auch was machen. Aber auf Bundesebene auf jeden Fall. Also ich könnte das übernehmen. Ich wurde für Baden-Württemberg angefragt, ob ich es machen kann. Ich habe da schon zugesagt, dass ich es gerne übernehmen würde. Das können wir gerne kombinieren. Also wenn alle einverstanden sind, dann mache ich das. Ich biete es gerade nur an. Nichts dagegen. Das können wir dann wieder gemeinsam mit dem PET nochmal drüber gucken. Also du kannst ja gerne schon mal was vorbereiten. einfach auch. Ja, wir können es gemeinsam machen. Ganz kurze Frage, Julia. Diese Anfrage, von wem kam die und wie gestaltet sich das? Dann können wir vielleicht mit Baden-Württemberg zusammen noch was machen. Wir können zumindest mal auf Baden-Württemberg zugehen und fragen. Also wir können zumindest auf Baden-Württemberg zugehen und fragen, ob da Interesse an erzubauen zusammen alle Arbeit besteht. Ja, warum nicht? Wollen wir an dem Tag dann nur also nur die Pressemitteilung rausgeben oder wollen wir vielleicht wirklich noch eine Aktion machen, weiß ich nicht, einen Infostand zum Beispiel in der größeren Stadt oder was, wo wir auch auf unseren AK aufmerksam machen. Der 3. Dezember ist leider ein Montag. Ein Montag. Wochenende vorher mit dem Hinweis am 3. Dezember ist... Dass wir am 1. Dezember was machen, dass wir ein Samstag... Also ich hätte da noch... Eben kamen mir eine ganz spontane Idee in den Kopf. Es klingt ein bisschen verrückt, aber ich denke, wir Piraten sind doch relativ kreative Köpfe und wir haben doch da so ein tolles Videosystem. Können wir da nicht irgendwie so ein witziges, piratiges Video machen, in dem wir darstellen, was wir uns von einem Tag der Behinderten erhoffen für die Zukunft, zum Beispiel Barrierefreiheit, das alles lesbar und darstellbar ist, etc., das mal irgendwas Witziges macht und das dann halt eben auf diese Art veröffentlicht. Ich denke, da würden wir viel, viel mehr Leute erreichen als nur mit einer blöden Pressemitteilung. Finde ich eine sehr gute Idee. Ich hätte jetzt überlegt, wie können wir das machen, wann können wir das machen? 3. Dezember ist relativ schnell. Der Bundesparteitag ist vorher, ich vermute, der Großteil, der hier ist, ist auch auf dem Bundesparteitag anwesend. Und? Ja? Petra nicht? Ja, okay. Sepp, du bist auch auf dem Bundesparteitag. Hast du dein Videozeug dabei? Könnten wir an dem Wochenende ein Video drehen? Dein Vorschlag ist, an dem Wochenende vom BPT ein Video zu drehen. Wir wollen auch Programm... Absch! Also wenn wir irgendwie ein Pad aufmachen mit irgendeinem Drehbuch und ihr habt Lust, sowas zu machen, dann kann ich auch eine Videokamera aufbauen und dann können wir das auch schneiden, natürlich. Also das ist nicht das Problem. Also ich hatte im Vorfeld für den dritten, für Infostände oder so, mal die Idee, dass wir, oder dass an Infoständen Beispiele für Barrieren aufgebaut werden, sodass die Leute, die dran vorbeilaufen, das praktisch auch mal selbst ausprobieren, selbst erlöben können und dann dafür sensibilisiert werden. Also das war ein erster Gedanke, eine Idee. Vor allem ist wahrscheinlich relativ leicht umsetzbar, oder? Also gerade jetzt irgendwie Gehörlosigkeit nachzustellen, dürfte relativ leicht sein. Aber dann halt am 1. Dezember oder am 3. Dezember? Also Samstag, der 1. Dezember ist vielleicht nicht so toll, weil das ist der Welt-Aids-Tag und da machen wir schon Infostände und das zu vermengen ist vielleicht nicht so das Beste. Aids-Patienten sind zum Teil auch behindert und unterliegen Einschränkungen. Die Schwulen und Lesben haben auch ihre Probleme, kann ich ein Lied davon singen, also kein Problem. Müssen wir mal gucken, also wie sehen das die anderen? Entschuldigung, ich habe es jetzt gerade nicht mitbekommen, was jetzt hier besprochen wurde, weil ich bin jetzt gerade noch gedanklich bei diesem Video, bei der Idee, dass man so ein lustiges Infovideo macht, deswegen meine Bitte, ob ihr den letzten Punkt jetzt gerade nochmal wiederholen könnt, wo ihr gerade thematisch seid. Ich hatte in einem Pad schon eine Idee aufgeschrieben, die ich an die Vorstände geschickt habe, dass man bundesweit Infostände zum Beispiel macht, wo man Beispiele für Barrieren aufstellt und dass die Leute, die vorbeilaufen, das am eigenen Leib mal ausprobieren können und so sensibilisiert werden. Und da der dritte ein Montag ist, hatte ich alternativ den ersten Dezember gedacht, aber jetzt sagt ja Martin, da ist Aids-Tag und da werden schon Infostände gemacht und Petra hatte jetzt die Idee, dass man die beiden Sachen kombiniert. Das ist nochmal die Frage, wenn man so einen Infostand macht, ob die das dann auseinanderhalten können, dass wir da gerade für zwei verschiedene Aktionen aktiv sind sozusagen, ob das dann nicht vielleicht den Mensch überfordert, ja. Also einmal wollen wir dann Barrieren aufzeigen und einmal wollen wir über Aids informieren. Das ist so ein bisschen komisch, die Kombination vielleicht. Also der dritte Dezember könnte man ja vielleicht dann auch nochmal nach hinten verschieben, das könnte ich mir dann eher vorstellen. Und dann haben wir auch ein bisschen mehr Vorlaufzeit, um nochmal Ideen zu sammeln, was genau für Aktionen wir machen könnten. Das Video dann vielleicht nochmal besser planen und wir können nochmal Gehörlose und blinde Menschen einladen und die fragen, was die noch für Ideen hätten, zum Beispiel für Aktionen. Und dann kann man so ein fünfminütiges Video erstellen. Das wäre dann so eine Idee, dass dann so ein kleines Aufklärungsvideo ist. Die ganze Sache also etwas nach hinten verschieben. Also es wäre natürlich schön, wenn wir das innerhalb dieser kurzen Zeit noch schaffen würden, aber ich glaube, dass es jetzt einfach zu knapp ist, weil es ist irgendwie schon fast Dezember. Wir haben jetzt Mitte November, dann kommt noch der Bundesparteitag dazwischen. Das ist halt einfach jetzt ganz viel auf einmal und ich fände es schöner, wenn wir es nicht so mit heißer Nadel stricken, sondern mit mehr Herzblut machen und dann uns was Schöneres überlegen. Und deswegen fände ich es besser, das dann eher so zu verschieben, mehr Zeit zu haben. Also und die Pressemitteilung würde ich dann auf jeden Fall rechtzeitig machen für den dritten Dezember, aber dass wir dann dieses Video zum Beispiel nach hinten verschieben. Ich würde gerne pressetechnisch etwas dazu sagen. Also wenn es dieses Video gibt, kann man das natürlich mit einer Pressemitteilung wunderbar verbinden. Der Punkt ist, die Pressemitteilung mit dem Video müsste am 2. Dezember fertig sein und rausgehen, damit die Medien das bereits am 2. Dezember die Information aufgreifen kann, verarbeiten können und am 3. Dezember darüber berichten können. Geht es am 3. Dezember raus, ist das Thema tot, dann ist es vorbei. Es muss also am 2. Dezember raus mit Hinweis auf das Video und das Video muss dann halt auch wirklich, also es darf keine landesspezifische Gestaltung haben, sondern es muss tatsächlich eine ganz allgemeine Information enthalten. Deswegen wäre jetzt mein Vorschlag, dass wir das Video auf März verschieben und unabhängig davon die Pressemitteilung dann sozusagen im richtigen Datum abgeben, unabhängig. Ja, also die Pressemitteilung auf jeden Fall rechtzeitig. Das ist das Mindeste und ich stimme Julia da eigentlich zu, dass wir die Video-Idee, die ich recht gut finde, verschieben, und das mit Ruhe machen, damit es was Anständiges gibt. Das nächste Treffen, wie wir das organisieren? Über die Mail-Liste dann, wenn sie funktioniert. Wir können zumindest mal einen Zeitraum festlegen, denke ich, wann wir das nächste Treffen machen wollen. Ja, aber. Ich würde es noch vorher machen, ich würde es noch machen. Ja, im Dezember, weiß ich nicht, also wir sind Landesparteitag, dann das Wochenende drauf, sind viele Aufstellungsversammlungen, also ich glaube, im Dezember kriegen wir das nicht nochmal hin. Vielleicht, dass wir uns im IEC treffen, im Dezember, das sollte durchaus möglich sein, unter der Woche irgendwann, und dass wir uns im Januar dann eben einfach nochmal real treffen. Also von mir aus gerne in vier Wochen unter der Woche irgendwann einen Termin für zusammen mit mir. im IEC. Wie nennt sich das Konferenzen? IEC? IEC, ja genau. Okay, genau. Johannes macht ein Doodle für den nächsten Termin zum IEC-Treffen. Ja gut, das können wir machen. Doodle, wann wir das nächste Treffen dann im IEC machen und die weitere Vorgehensweise besprechen. Gut, dann hätten wir das ja soweit geklärt und damit wären wir dann, denke ich, durch. Ich bin gedanklich schon wieder woanders. Vielen Dank, dass ihr heute alle da wart und ich denke, die Gründung des Arbeitskreises für sie war sehr wichtig, weil wir dann mit auch zeigen können, dass die Piraten eben nicht nur Internet können und nicht nur streiten können und ja. Ich möchte noch sozusagen von Seiten des Landeverbandes der Gehörlosen sozusagen zur Gründung gratulieren. Wir begrüßen, dass es ja sozusagen zu diesem Bereich sozusagen etwas gibt, wo wir auch entsprechend unsere Interessen sozusagen weitergeben können und offen dort auf offene Augen, auf offene Ohren zu stoßen, für unsere Interessen zu vertreten. Glückwunsch. Vielen Dank.